Hallo, das ist Sobit. Ich arbeite seit vier Jahren beim Pflanzer-Paket. Ich habe eine fixe Tour hier in Biel statt Bio. Eigentlich bin ich gelernten Maler Gipser. Ich war früher selbstständig. Lieferdienst ist für mich etwas Neues. Ich habe das noch nie gemacht. Ich mache das seit vier Jahren. Ich komme jeden Tag mit Freude arbeiten. Warum der Arbeitsplatz stimmt. Ich verstehe mich mit allen gut in der Firma. Spass macht es mir immer. Ich fahre gerne herum. Es macht mir einfach Freude mit Kunden umzugehen. Ich kann mich hier gut präsentieren. Ich präsentiere auch gerne den Pflanzer-Paket-Dienst.